Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von League of Legends. Ich spiele Rengar im Jungle. Mit dabei haben wir einen Alistar auf der Top-Lane, Nami-Support, Fizz auf der Mid-Lane und Jinx als AD-Carry. Im Gegner-Team, ich denke mal Fizz auf der Mid-Lane, Katus und Vega auf der Bot-Lane. Ich denke mal Vega als AD-Carry oder als AP-Carry, ich weiß es nicht genau. Jarvan, der Vierte im Jungle und Gang-Playing auf der Top-Lane. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gang-Playing und Fizz Premade sind. Naja, egal. So, wir sehen uns gleich in-game. Bis gleich. Bye-chau. Das wird niemals reingeschnitten. So, gut. Da sind wir jetzt in-game. Ich spiele Rengar im Jungle und mir ist gerade was richtig krasses passiert, ne. Und zwar, wir waren gerade so in der Champion-Select und Mitte und Top-Lane waren schon belegt. Und ja, plötzlich war es so. Schreibt so Nami-Support, schreibt der Alistar-Support, beide Insta-Log. Und dann dachte ich mir so, okay, gut. Zwei Supporter, die Insta-Loggen. Die zuerst schreiben Support und dann auch noch Insta-Loggen. Also sowas hatte ich noch nie. Der hier war am Anfang Urgott auf der Top-Lane. Der Morgan Freeman wahrscheinlich. Oder Morgan Free Farm, stimmt. Fizz war auf der Mitte, ganz normal. Und die Insta-Loggen einfach Support. Und Alistar hat dann gesagt, ja gut, ich kaufe die Top-Lane. Und Urgott hat dann gesagt, ja gut, dann gehe ich halt AD Carry, weil er hatte noch nicht einen eingeloggt. Und ja, ich hoffe, ich bekomme jetzt hier einen guten Pull. Und ja, ich spiele Renger, weil es sich gewünscht worden ist. Wenn ihr irgendwelche Wünsche zu Champions habt oder so, dann stellt diese gerne in den Kommentaren. Und dann werde ich diese spielen. Diese Aufnahme wird auch relativ aktuell sein. Das heißt, wenn ihr das seht, hoffe ich einfach mal... Also, ich nehme das gerade auf und ich hoffe einfach mal, dass es morgen hochkommt. Ich weiß es aber nicht genau. Ich hoffe es einfach. Deswegen, ja, das wurde sich gewünscht von Toaster. Deswegen mache ich das. U-Deer-Top wird auch noch kommen. So. Smiten. Thank you. Okay, hätten sie auch nochmal draufhauen können. Aber egal, ich habe sie ja weggepingt. Deswegen geht das. So, nochmal eine Q drauf. Und dann die W-Skillen. Ich haue mir jetzt schon mal einen Pot rein. So. Okay. Na, den dürfte ich bekommen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Eigentlich. Ähm. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Da, komm. Stirb. Ja, okay, gut. Ich bekomme schon krass Damage. Muss man sagen. Ich glaube, ich werde dann doch erstmal weggehen. Ja, ein weiteres Camp wird viel zu krass. Also ich gehe lieber back und hole mir dann... Also ich warte nochmal ganz kurz in der Base und hole mir dann... Ich glaube, ich hole mir das hier. Ja, ich hole mir das. Weil ich ja dann gegnerische Champions smiten kann und den Damage mache. Mehr Damage. So, und dann ab zum Blue-Buff. Obwohl ich eigentlich... Nee, ich hole mir das Grumpy und hole mir dann den Blue-Buff. So, Alistair, ich glaube, der hat ein paar Probleme. Äh, wer hat denn gerade abgespielt? Hä? Wer... Wen hatte ich gerade als... Ich glaube, den Fiss hatte ich gerade ausgewählt. So, ähm... Ja, Toplane könnte ich eigentlich ganken dann. So. Habe ich noch den... Nee, den Golden-Buff habe ich nicht mehr. Schade. Gut, ähm... Dankeschön. So, jetzt habe ich meine E. Und jetzt hole ich mir den Blue-Buff. Äh, werfe ich mir nochmal einen Pot ein. Oh, der farmt ziemlich aggressiv. Der Gang-Playing. Oh, da hätte ich gerade meine W machen können. So. Oh, der hat auch schon ziemlich krass Damage bekommen. Der Gang-Playing. Eigentlich wollte ich dadurch jetzt ganken. Ich hätte auch... Okay, gut. Der wird gewordet haben. Äh... Top... Will... Be wardet. Ähm... Deswegen... Ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch ganken kann. Es reicht, momentan pusht der auch ein bisschen. Na, ein bisschen ist... Er pusht krass. Mit No-Ignite. Alles klar. Der kämpft ja auch Fiss gegen Fiss. Und ich glaube, Fiss gewinnt. Müssen wir aufpassen, dass Fiss nicht verliert. Aber ich fände es eigentlich gut. Oh. Jetzt Fiss vs. Fiss. Und Fiss springt weg. Ah, verdammt. Da wollte ich eigentlich meine... Meine Dings muss machen. Meine... Meine W. Damit ich einfach Leben regeneriere. Habe ich aber leider nicht... Gebacken bekommen. Ach ja. So. Wie läuft es mit der Bot-Lane? Da läuft es eigentlich relativ gut. Da müssen wir nur auf den Jungle aufpassen. Jarvan. Hm. Ich weiß nicht. So, jetzt habe ich endlich mal die Weh gemacht. Geht doch. Ist es denn so schwer? Ich glaube nicht. Oh. First Blood? Good Job. Scheiße. Ich sterbe jetzt hier nicht wirklich, oder? Nein. Oh Gott. Oh Gott, stirb. Alter. Ähm. Ich bin kein Ranker-Pro, deswegen. Äh. Ja. Okay, das... Das wird von einem erwartet. Gut. Ich... Ich will das aber nicht. Ne. Das will ich nicht. So. Und ich glaube, ich werde... Dann doch erstmal auf das dann gehen. Obwohl... Boots. Und nochmal einen Pot. So. Und dann werde ich erstmal Jungle gehen. Äh. Bis Level 6 wahrscheinlich. Und dann erst ganken. Ähm. Damit ich einfach... Den Vorteil habe, mit meiner Ulti zu ganken. Ich glaube, ich habe... Ich habe 100 AD. Ah. Jetzt ist es momentan so, dass Fisk gewinnt. Ah. Shit. Neun... 58 zu 60. Hey. Unser Fisk hat doch viel bessere Stats. Mehr Magieresistenz. Der hat alles besser, oder? So. Na komm. Rengi. Attack. Attack. Thank you. This Pot Power. Okay. Warte. Warte. Wenn ich jetzt einen einmache, dann müsste ich so. So. Nice. So. Ich glaube aber, die W wurde auch ein bisschen genervt. Also, das letzte Mal, als ich Rengar gespielt habe, war das auf der Top Lane. Und... Oh. Shit. Da hatte ich ziemlich verkackt. So. Ich denke mal nicht, dass der Fisk hier noch irgendwo ist. Oh. Okay. Gut. Da hat er versucht zu Counter-Jungle. Hat er das Counter? Ne, hat das... Too late, man. Ja, tut mir leid. Da kann ich noch nichts dafür. Soll er mich jetzt nicht flamen? Ich kann nichts dafür. Ich habe noch meine Dinger da gecleart. Hallo, Smyter. Danke. Oh, nice. Spot Lane dominiert. So wie es aussieht. Ich werde jetzt wohl nicht Level 6, oder? Ne, schade. Oh. Na komm, den kriegen sie aber, oder? Oh. Jetzt kommt Fisk, der Abstauber. Haha. Ich komme. Komm. Nice. Sehr schön. Da konnte ich auch gleich jetzt mal mein Ulti machen. Ich habe gleich ein Assist bekommen. Ich muss sagen, momentan läuft es gut. Zumindest nach meinem Wissen, nach meinem, ja, so wie ich immer Rengar spiele, ist es halt so, ich gehe drauf und bin tot. Und, äh, ja, wenn ich halt einen Assist bekomme, dann freut mich das. Oder wenn ich einen Kill bekomme, dann freut mich das natürlich auch. So, ich gehe jetzt hier auch gleich nochmal auf die Kleinen, weil ich den, den hier smiten möchte, einfach damit ich das Leben wieder bekomme. So. Dankeschön. Nochmal Leben dazu bekommen. Toplane dominiert ganz schön. Das finde ich eigentlich ganz nice. Könnte versuchen, die Botlane zu ganken. Bot wardet. Und, ähm, ich habe zwar keine Ulti, aber die pushen gerade relativ gut. Komm. Oh. Okay. Gut, ich habe ihn. Nein, Mist. Hallo? Oh. Hä? Ich dachte, Jinx wäre noch da. Oh. Scheiße. Oh. Okay, gut, da musste ich flashen. Er hatte zum Glück noch keine Ulti. Das wäre mein Untergang gewesen. Das wäre mein Untergang. Hätte der noch Ulti? Oh, fuck. Fiss ist auch noch hier. Alles klar, gut. Stop flash all the time. Ja, tut mir leid. Wofür ist Flash denn gedacht? Ich liebe diese Leute, die sich darüber so aufregen. Wow, du hast geflasht und so weiter. Mein Gott, ey. Guck dich doch mal, du bist ein richtiger Noob, ey. Als ob Flash nicht ins Spiel gebracht worden ist, damit man eben entkommen kann. Er hätte ja hinterher flashen können, ne? So. Fiss, you want, blue. Ähm, da-da-da-dam. Wie viel steht es eigentlich? 1,1, 50 und 1,1, 41. Alles klar. So, jetzt habe ich schon gesmited. Okay, gut. Hat er bekommen. Oh, fuck. Ah, verdammt. Ich habe mich auf meine Ferocity Stacks geachtet. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch einen, aber gut. Dann habe ich jetzt nochmal zum Schluss, äh, den kleinen gestunt. Ach, du meine Güte. So. Es ist SS. Von der Mitte. Die Botlane muss aufpassen. Obwohl da halt gewordet ist. Oh, nice. Okay, ich glaube, die Botlane braucht erstmal keine Hilfe. Ähm. Das Problem ist halt auch, Vega macht halt mit seiner Ulti eigentlich mehr Schaden, an welchen die AP Schaden machen. Ich, ich komme mal hoch und dann können wir... Oh, shit. Okay. Ich komme. Bitte. Nicht pushen. Oh. Komm. Nee, oder? Ernsthaft? Komm. Shit, ich kriege den nicht. Oh, nice. Sehr schön. Ach. Good job. Nice. Haha. Oh, fuck. Oh, lol. Nice. Haha. Wow. Thank you, Fizz. Muss man sagen, äh, vielleicht hätte der mich dann doch mal bekommen. You too, and really, thanks for this. Alter. Also, das muss man schon sagen, ne? Der Fizz kam da ja wirklich... Das war die Rettung in letzter Not. Gott. Also, ohne den hätten wir wahrscheinlich beide Kills nicht bekommen. Und ich wäre dann noch gestorben am Fizz. Puh. Ähm. Ach, turn auf. Okay, gut. Ich spare nochmal ein bisschen. We got them too. Yep. Und, ja. Ich meine mal so, es war GG. Unser Fizz, der steht jetzt 3-1. Äh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt ein bisschen im Vorteil ist. Obwohl, der farmt. Der ist eigentlich auch ausgeglichen. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass das Iconzone bis Gangplank nahe ist. Botlank braucht aber, glaube ich, erstmal keine Hilfe. Ähm. Ja. Sonst würden sie auch bestimmt nach einem Gang fragen oder so. Äh, ich hab keine Ulti, sonst... Wieso verkackt unser Fizz trotzdem noch? Ich muss ihm einfach eine Combo draufhauen. So. Ich mach nochmal hier die Viecher. Ich könnte versuchen zu ganken, wenn er seine Ehe draußen hat. Ich muss ein bisschen drauf achten. Fuck, jetzt hab ich schon wieder meine Ferocity Stacks rausgehauen. Ach Gott, ja. Was ist denn los mit mir heute? So. SS. Oh. Gangplank ist Botlane. Kann ich da ein Counterjack Gank machen? Kann ich da was machen? Wir müssen auch gucken. Äh, dass wir Drake bekommen. Oh. Nein. Nice. Ah. Good job. Job. Na komm. Du hättest eigentlich den anderen nehmen müssen. So. Ah, fuck. Na. Nice. Good job. Oh. Na Mist, die wird sterben. Schade, 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 schade. Oh. Okay. Ich wollte eigentlich schreiben. Well. Well played, you too. So. Und nochmal healen. Okay. Die Mitte verkackt aber trotzdem. Das ist nicht schön. Wie geht das? Ja, gut. Ah, gut. Mitte muss ich dann wahrscheinlich doch mal ganken. Mitte braucht Hilfe. Gut. Aber das verstehe ich halt nicht so genau. Hat der nicht genau... Hat der nicht gut geshoppt, oder? Ja, okay. Oh. Da kommt noch Ulti. Und? Nein. Vorsicht. Ich glaube, wenn ich jetzt die Ulti zünde... So. Ah, nice. Well played. So. Oh, das hätte ich gar nicht machen müssen. Ich hatte sowieso full life. Thank you, you too. Nice. Gut. Dann gehe ich mal hier hin. Hol mir schnell den Buff ab. Und dann komme ich... So. I need to push it in. Ah, ja, gut. So. Hier, Bluber für dich, Fiss. Fiss. Okay, gut. Er kommt. Alles klar. Nice. Okay. Hat er bekommen. Sehr schön. Gut. Ich glaube einfach mal... Ich werde die Mitte versuchen zu ganken. Wenn er jetzt nicht weg ist. Ah, er ist weg. Gut, dann versuche ich... Ah, shit. Jetzt habe ich schon... Ah, man. Ich müsste mehr auf meine Ferocity Stacks achten. Ähm... Oh, Fiss ist Bot. Oh, Fiss möchte Botline ganken. Ich komme auch. So, jetzt müssen die aber auffassen. Der muss jetzt auch aufpassen. Damit der hier nicht weggeholt wird. Ähm... Ich bläde keine Ultimates. Sonst könnten wir da... Was machen? Wartet die da? Oh. Nice. Okay. Gut, die verpissen sich da schön. Ja, die haben natürlich Schiss. Das ist klar. So, ich habe wieder ein Assist bekommen. Das ist nice. 3, 0, 4. Die Runde läuft besser, als ich erwartet hätte. So, komm. Spreng einmal. So, und jetzt... Cool. Danke. So, und jetzt müssten wir eigentlich... Ah, shit. Ich habe keinen Smite. Oh, Gott. No, oh. No, Smite. So, killt ihn einfach. Killt ihn. Kill Jawan. So, okay. Oh, scheiße. Bitte nicht. Ja, okay, gut. Ist unserer. Nice. Das finde ich doch schon mal sehr, sehr schön. Ich glaube, die Botline kann ich jetzt nochmal ganken kommen, ne? Ja, eigentlich schon. Ich gucke mal hier. Oh. Na ja, muss ich ein bisschen auffassen. Oh, fuck. Da kommt noch ein Fiss. Oh. Drauf. Da, komm. Da. Nice. Well played. Alter, das Game, das ist ja... Das läuft ja mal richtig. Oh, da kam noch eine Gangplank-Ulti. So, mache ich hier nochmal ein paar Stacks. Und dann, glaube ich, werde ich jetzt erstmal back gehen. So, on the way. Okay, Fiss geht wieder in der Mitte. Äh, Alistar. Alter, der steht auch 203. Nice. Sieben, zwei, fünf, zwei. Nice. Gut. Ich hole mir jetzt erstmal die Hydra. Und ich glaube, ich hole mir die Boots hier. Äh, ich mag die anderen irgendwie nicht. Also irgendwie, ich komme mit denen nicht zurecht. Tut mir jetzt leid für diejenigen, die jetzt wahrscheinlich wieder sagen, Oh mein Gott, äh, lerne erstmal Rengar zu spielen. Du spielst ihn so. Du musst ihn so spielen. Weil ansonsten ist er richtig schwach. Also, ähm, nee. Ich spiel den so, wie ich denn, wie ich es glaube. Wie ich ihn kann. That is one awesome skin, by the way. Okay, welcher? Welchen meint sie? Also meinen bestimmt nicht, weil meiner ist da Default. So, so. Dankeschön. Dann smite ich jetzt mal. Aber das nächste Mal muss ich wirklich darauf achten, wenn wir Drake machen könnten, damit ich den nicht smite. Oh, da kommt auch noch Kathos. Na, wenn der Ulti hat. Oh, er macht schon, schon gut Schaden. Oh. Lol, hat der gerade wirklich geflasht? Hat der gerade wirklich geflasht? Alles klar, gut. Gut, ähm. So. So. Red, then, mid. So, Team Communication ist das A und O. Da ist ein Javan. Oh. Okay, gut. Der geht... Oh, schade, schade. Er hat der Ulti gefailt. Oh, nein. Die Ulti ist sogar noch reingegangen. Taha. Nice. So, komm, wir könnten jetzt eigentlich den Tower bekommen. Ja, bekommen wir. Locker. Lol, der hat schon wieder Ulti? Alles klar, gut. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ah, jetzt fällt der Botlane Tower, oder? Ähm... Ja, wird wahrscheinlich. So, aber der Javan, der dürfte... Oh. Oh, die surrendern. GG. Well played. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Let's Fade. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.